Luft. Luft ist ein Gemisch verschiedener Gase. Ein schützendes Konstrukt, das unsere Erde sanft umhüllt. Wir können Luft weder sehen noch anfassen. Nur ein leichter Wind lässt uns spüren, dass da etwas ist. Etwas, das uns antreibt. Etwas, das uns am Leben hält. Etwas, das uns vom ersten bis zum letzten Atemzug begleitet. Nie war frische Luft so wichtig wie heute. Besonders da, wo wir wohnen und arbeiten. Wo wir miteinander sein und wo wir gesund bleiben wollen. Denn Raumkomfort beginnt mit gesunder Luft. Besser lüften mit Sigenia.